Die Türen waren die ganze Zeit offen, aber jetzt mal auf die Idee zu kommen, oder? Macht aber schon Spaß, wenn ich ehrlich sein darf. Boah, wir sind aber jetzt zur Zeit schnell. 100. 107 kmh. Boah. Ich muss mal auf die Bremse gehen. Oh, wir kriegen den Zug zur Bremse. Wow. Wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob es nur mir so vorkommt, oder die Züge sind sehr hell. Also, schon mal ein Beet gemacht für das Neue. Okay, dann fahren wir dann mal jetzt weiter. Okay. Ah. Ich muss, glaube ich, mal ein bisschen warten. Ich kann noch mal beschleunen. 2,1 km. Okay, weiter geht's. Wir haben total die Verspätung. Okay, wir haben genau 3 Minuten Verspätung. Das geht ja noch. Oder? Okay. Dann mal weiter geht's. Das macht schon Spaß. Man muss sich aber ehrlich reinfuchsen. Sonst klappt das ehrlich hier nicht. Okay. Ich beschleunige mal erstmal so richtig auf. Machen wir schon mal ein bisschen runter. Über Geschwindigkeit. Wir sind ja gleich schon da. Also, das ist ja keine Langfahrten, finde ich. Das ist ja mehr so... Fahren, halten, fahren, halten... Ach, erst 1,1 Kilometer. Kann ich aber noch beschleunigen. Bremse. Noch ein bisschen mehr Bremse. 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 Oh, nein. Wir sind drüber gefahren. Wir müssen zurück. Also, du brauchst etwas um. Ja, wir haben total zu schnell gefahren. Tut mir aber leid. Es kann auch den Besten passieren. Das kann auch nur mehr passieren. Wenn man zu schnell fährt. Aber man muss ehrlich mit dieser Kamera klarkommen. So schlecht sehen die Bahn, steigen gar nicht aus, finde ich. Ja, wir fahren ja schon. Man muss sich aber hier viel durchklicken. Einmal Show. Einmal Show. Show. Die. Und jetzt so. Piepen, piepen, piepen. Und jetzt... ...wann die Leistung geben. Ja. Wir fahren. Einmal ein bisschen mehr Leistung. 1,1 Kilometer ist der nächste. Ja, das ist einschätzen, wann der Bahnhof da ist. Das ist schon schwer. Ich muss schon, bei 500, muss ich schon auf die Bremse lehnen. Aber richtig. Hallo. Beutel. Okay. Es macht schon wirklich Bock. Das hier möchte ich ausschalten. Weil mir reicht, wenn ich eine Anzeige habe und nicht beide. Da ist der O. Nächste. Ich glaube, bei 65 PS, äh, Kilometer, äh, kmh, kann man auch so noch fahren. Ui, es wird dunkel hier. Oh, ist das cool. Oh. Oh. Okay, wir sind angekommen am Bahnsteig. Bitte steigen Sie auf der linken Seite aus. Fahrtrichtung links. So. Bei manchen Sternen kommt mir erst vor, dass das Spiel viel zu hell ist. Ach, da oben ist die Lampe. Also, die kann mich innen zu innen bedeutern. Ah. Ist aber hier stockdunkel gleich drin, wenn ich im Zug fahre, in den Tunnel wegfahre. Machen wir ein bisschen Licht an. Sonst ist es mal viel zu hell drin, finde ich. Okay, machen wir mal die Tür zu. Einmal. Biep. Und weiter geht's. Viel beschleunigen müssen wir jetzt auch nicht. Ach, ich wollte das eine ausschalten. Oh, das sieht schon cool aus, die Tunnels. mal auf die Leistung. Eins. Also, keine Leistung mehr. schon viel Angenehmer jetzt hier drin, oder? Oh, ich muss mal bremsen. Wir stehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Bitte, steigen Sie aus. Haha. Okay. Okay, ich weiß ja nicht, wie viele Stationen jetzt noch kommen. Ähm, sieht man das irgendwo? Oh, blablabla. Nein, das möchte ich eigentlich jetzt nicht. Äh, da einsteigen. Das wollte ich auch noch machen. Ich will da was ausschalten. Markierte Ziffer. Nein, haltet da von raus. Richtig. Geist an. Das Reifen, wenn ich das oben habe, finde ich. Okay, und was wollte ich jetzt nochmal gucken? Weiß ich nicht mehr. Ich hab's vergessen. Okay. Ah, viel angenehmer. Hey, wenn ich schon hier stehe, wenn wir mal rausgucken. Man muss sich ehrlich mal alle Bahnsteigen mal angucken. Oh, ist das ehrlich so beleuchtet dort? Nach dem Bahnsteigen? Ui, 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 ui. Okay, dann fahren wir jetzt mal weiter. Machen die Tür zu. Drücken den Sound und beschleunigen einmal. Wenn der Zug das auch möchte. Jetzt will er. Okay. Schon cool, dass das hier alles auch leuchtet. Sieht verdammt nochmal cool aus. Boah, ich freu mich schon auf diese längeren Fahrten, wo man länger fährt und nicht einfach nur jetzt von Halt zu Halt, Halt und Halten. Gehen wir schon bis auf die Bremse. Ah, das ist mit Tassen viel angenehmer sogar. Okay, wir sind angekommen. Bitte steigen Sie aus. Okay, das war die. Das ist komisch, dass links, rechts das so vertauscht ist. So. Die brauchen echt nicht lange zum Einsteigen, finde ich. Da kann ich noch nicht mal Zeit, um mal den Bahnhof mir anzugucken. Hey, das sieht auch anders aus. Cool. Hallo. Okay, dann fahren wir jetzt weiter wieder. Okay. Mit den... Ja, wir sind total in Verspätung, aber das ist egal. Mit den Tasten ist das viel angenehmer. Das heißt, mit den Shooter-Tasten. Monster aber schon richtig draufdrücke. Wir sind zu früh zum Bremsen gekommen, merke ich gerade. Okay, wir sind angekommen. Aber ich finde, dass das hier in Copiet einfach viel zu hell ist. Immer noch. Kann man das noch dämmen? Kabinen beleuchten. Bisschen mehr dämmen. Das, was... Es um das Licht geht, nur noch dämmen. Verriegeln wir mal wieder die Tür. Gut. Verriegeln wir mal wieder die Tür? Ich wollte die Tür zu machen. Wir sind jetzt zu da offen. Jetzt werden die geschlossen. 2,6 Kilometer, da kommen wir aber richtig beschleunigen jetzt. Bitte achten Sie auf den Ort, dann müssen Sie die Umbahnfreikamente. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt gleich der letzte Halt ist. Boah, wir müssen beschleunigen. Ach, es geht berghoch deswegen. Ich finde, dass die Tassen viel zu beleuchtet sind. Das ist doch viel angenehmer schon. Jetzt sieht man das auch mal alles. Okay. 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 Wir haben nicht mehr viel. Wir müssen schon mal ein bisschen auf die Bremse drücken. Gucken wir mal, ob wir jetzt eine Punkthaltung schaffen. Mit 30 kmh kann man langsam reinfahren, finde ich. Machen wir mal die Turn-Off. Lassen die Fahrgäste ein- und aussteigen und gucken, wo wir jetzt hier ungefähr sind. Das sieht doch schon verdammt echt aus. Doch. Grafisch kann das Spiel doch mithalten, finde ich schon. Sieht schon cool aus. Und es macht verdammt nochmal Spaß. Für alle, die mal Zug spielen wollten, ist das was. Okay. Jetzt müssen wir... Einmal drücken. Das ist jetzt ehrlich 3,6 km, das ist ja ewig. Ach, da steht Steigung bei dem unteren. Wir fahren schnell. Okay, das ist auch cool. Das kann man auch nur machen, wenn man länger fahren muss. Okay, jetzt müssen wir noch mal auf die Bremse. Kriegen wir den Zug gehalten? Oha. Ich glaub schon. Wieder zu früh. Ah, das kannst du nicht sehen lassen. Ist ganz okay. Okay. Okay, wir sind schon bei 44 Minuten. Okay. Okay. Und wir können weiterfahren glaube ich jetzt. Okay. Okay, wir haben es nicht mal weit. Okay. Und dann beschleunigen wir noch einmal die letzten 350 Meter an einem Ort an. Okay. Okay. So ist diese Ampel rot, wenn wir aber kümmern. Okay. 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 Wir fahren viel zu schnell. Puh. Wir fahren viel zu schnell. Wir fahren viel zu schnell. Wir fahren viel zu schnell. Aber wir fahren viel zu schnell. wir stehen sie erfolgt was passiert aussteigen darf ich den auch ausmachen oder wir machen den auch aus und ausscheidung hauptscheidung aus dankeschön liebe fahrgäste dass die adpress kickscammer gefahren sind und auf eine schöne neue reise das hat spaß gemacht wir haben es geschafft wir haben aber richtig verspätung gehabt wir haben auch ein bisschen das problem war einfach dass wir halt zeitlich probleme mit zugelost waren aber ok ich hoffe es hat euch spaß gemacht ich werde es höchstwahrscheinlich auf zwei teile einbauen ich werde es einmal schneiden tut mir leid weil ich ein bisschen viel gewohnt naja bis zum nächsten mal tschüssi